Hallo Leute, herzlich willkommen zu Eindeuterem CSGO Let's Play von uns, was ist da auch noch der Matze? Oh, Servus. Oh nein, bitte nicht, Rado. Herrlich, eh. Matze sagtest du, bevor ich aufzähl, dass es bitte Mirage sein? Ja, bitte Mirage. Oh nein, das ist entfernt, das kriegt mein Leben. Oh ja, jetzt kommen unsere Skills wieder. Ja, jetzt kommt ihr in die Aufwärmphase. Fuck, ich hätte eventuell überlegt, ob ich dir für die Aufnahme meinen Knife äh, donaten soll und der andere Rastikart mit so einer Art ein bisschen aus. Oh. Weil ich hab meinen Kontakt nicht, ob ich hiermit schon aufnehmen könnte, damit man meinen Knife sieht, so praktisch. Aber, der Haken darin ist, ich gehe mit 4 zu 3 auf und ähm, dann habt ihr total viele schwarze Ränder. Es sei denn, ihr wollt schwarze Ränder haben oder es sei denn, ihr schafft es mal zu überreden, nicht in 4 zu 3 aufzunehmen. Uh. Optionen über Optionen. Ja, ähm. Ah, okay. Fail. Ja, lass mich ruhig! Ich hoffe, die Lautstärke passt. Oh nein, du knifst mich nicht, du Schwein. Oh, dann. Oh fuck. Nein, einen hab ich noch bekommen. Ich weiß nicht, ob es passt für die Lautstärke, ja? Weil, theoretisch, ich hoffe, dass es passt, weil wir spielen euch immer mit so einer Ingame-Lautstärke, mindestens. Damit auch habe ich das hörend. Also, es ist halt gerade eine Aufwärmphase, Leute für die, die nicht so bekannt sind mit CSGO. Danach gehen die, äh, das rundenbasierte 5 gegen 5 los. Nachbeginn der Spaß. Der Spaß vor allem. Ja, ich schieße mir den Fuß, natürlich. Hättest du jetzt den Max-7 gehabt, hättest du den auch gekillt damit, ne? Ja, ich schieße mir den kleinen Zeh und er fällt um, ne? Alter, okay. Hallo. Das erste, was du jetzt machst, oder weiß nicht, ob du willst, aber ich mute grundsätzlich so ziemlich alle. Na, es kann funktionieren halbwegs. Die Teile, davon, da geht's schon los, Alter. Guck bitte, diese... Ohne Scheiß, da fehlt ein Raid. Immerhin sind das unsere Gegner. Vielleicht sind die ja Retards. Das wäre ja gar nicht schlecht. Da fehlen mir ja jetzt schon die Worte. Wie wärs mit einem... Das sind ja die Worte fehlen, ist doch eine ganz gute Beschreibung, oder nicht? Eben, weil ich das so sage. Hey, wir hatten mir da in den Nade rein genaded. Äh, in den Rücken rein genaded, lol. Hinter Sandbox wird wahrscheinlich einer sitzen. Das ist eine Möglichkeit. Hier hoch auf Carpack. Ne, sitzt gar niemand da. Da ist auch niemand, lol. Die sind ziemlich weit hinten dran. Ich smoke. Z.T. Mein Kill hier durch. Ha, lol. Das war nicht mein Kill. Schade. Ähm, gut. Ich werd mal... Ich... Okay, ich schau Z.T. halbwegs. Ich plantier hinter den Brunnen so. Mach das, dann kannst du mitnehmen. Z.T. schauen. Z.T. kommen auf jeden Fall ein. Wie sie alle Heavy A gestackt haben. Heftig. Keiner B. Noch ist smoke. Ja, ja. Bleib einfach defensiv hinter mir. Ja, ich... Ich hocke mich hier oben so schön zu diesen Teilen. Zwei sind Z.T. Kommt von Z.T. Ja, bleib einfach defensiv. Lass sie reinlaufen. Dann haben wir sie... Können wir Crossfire machen. Die stehen immer noch... Die stehen bei dem... Bei dem Truck da hinten. Ja, der... Der... Blau hat ge... Hoppala. Blau hat gerusht. Oh, das ging gut. Nice! Eine... Erfolgreiche Ersonne? Niemand ist gestorben. Doch, der eine. Okay, das ist gelockt. Dürfen stellen. Haben die... Okay. Akkuschrauber-Power. Ja. Akkuschrauber-Power? Tag 9. Jetzt kommt Pro-90-Power. Pro-90-Force. Naja, easy. Bleib bei der billigen Mag-10. Ich nähe den Bananern zuerst, weil... Ich könnte mir schreißen... Du vorstellst, dass die Without-Armor dann lang... Uns entgegen... Ruschen. Ja, dann... Dann musst du mich mit der Pro-90-Force. Dann werde ich die alle wegziehen. Okay. Das war eine richtig schlechte Nade. Das war Premium-Mazza, muss ich sagen. Oh, sehr schön! Oh, hoppala! Wie ich den einen dem Jump-Header gegeben habe. Ich hab den einen gar nicht gesehen da hinten. Ich hab gar nicht geblickt, dass ich einen gekillt habe. Ich hab gar nicht geblickt, dass der Gegner waren. Komm, komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Okay, dann überlebe ich die Summon sogar. Oh, hoppala! Ah, ich hab immerhin 150 FPS gerade. Ziemlich cool. Also, danke, dass ihr den hinter mir gekillt habt. Und ich mit 10, die mir überlebt habe. Weil dadurch konnte ich irgendwie einen Jump-Header auszahlen. Keine Ahnung, wo ich den überhaupt gekillt habe gerade. Ich hab dann gesehen, plötzlich hat er den gekillt. Ich weiß nicht wie. Ich war hinter diesen Kallen-Tings gewesen. Bin dann gejumpt. Mal kurz hoch gejumpt. Mal kurz in die Luft geschaut. Mal kurz in die Luft geschaut. Haben irgendeinen Helder gegeben. Finde ich cool. Und Leute. Dieser Skin ist die Ausrede dafür, dass ich nur Pro-90 spiele. Ne, ich spiele nicht nur Pro-90, aber. Wie viele Step-Tracks hast du da jetzt gemacht? Äh, 120. Einer, was Leute? Äh, 1200 meine ich. Grenade! Äh, leul! Was, da waren zwei drin im Eck? LOL Ja, okay. Der hat ihn wieder returned. Wow! Ja. Wow! Fuck! Alter! Das... ...sacraut die shit out of me, man. Whole... ...crap. Sind die Reste die 2B oder was? Ja, sieht so aus. Oder? Haben wir noch eine Minute zählen. Ich komm mal hin, wenn wir den spawnen so langsam. Ja, was haben die? AWP und AWP? Okay. Zwei AWPs, die den Bananen gleich rumcampen. Oh, nice. Im rechten Ohr was gehört. Die acht untere haben zwei AWPs. Ja, ja. Wir haben zwei AWPs. Woher wusste er, dass ich komme? Nein. Oh, nice. Well done. Ich hab's dann halt nicht getroffen, aber woher wusste er, dass ich von da komme? Weil ich kurz gerund bin miteinander. Alter, ohne Scheiß, der kommt plötzlich aus Darkroom raus, Alter. Ich hätt geschaut, mach erstmal irgendwie so eine 3-6 ungefähr und sprayt irgendwie da. Er hatte nur eine Pistole. Sonst wäre ich nah an, das ist abgestorben gegen den. Das... Boah, alter. Schwierig, der Bananen. Und wieso bin ich orange? Ich bin normalerweise immer blau. Du bist der Letzter. Und mit 001. Ja, ich hatte nie was zu tun. Ich hab's beinahe auf unser Team nicht geschafft. Ich hab's beinahe auf unser Team nicht geschafft. Ich hab's scheiß. Ja, so gut wie wir sind, das ist da kein... kein Ding. Oh! Oh! Die Night war nicht genug. Matze, ich geb dir mal die Bombe, nehm die Bombe, ich geh. Hoppala! Das hat's dir nach Nairovan gehört. Das hat's dir echt nach Nairovan gehört. Wo waren die Nairovan drin? Ja, Aparthys. Schon Aparthys? Ich bin jetzt selbst Aparthys. Schieß es nicht auf mich. Schieß es nicht. Das ist voll die OP-Strategie, wenn man sich einfach mit einer Max-7 oder so in Darkroom hockt und wartet ein bisschen bemüht. Aber... Oh Gott! Hab ich endlich ganz richtig getroffen. Gib mir ne Money! Oh! Hast du's geschafft? Ja, wir haben das Geld bekommen. Was haben wir so... Läuft gerade sogar. Ja, okay, ein AWP ist etwas vernünftiger, glaubt, als zwei. Auf der Map. Am besten war immer noch, ähm... Letztes Jahr haben wir mit Mirage gespielt und da waren wir Teeside. Und da hat unser Team einfach mal drei AWPs gekauft. WTF? Als Terrorist? Ja, auf Mirage. So drollig. Okay, der ist ganz vorne im Bananen... Wer ist da verbrannt? Ich hab keine Ahnung, wer da verbrannt ist. Ich glaub, der war irgendwie bei mir oben hier gerissen. Ähm, die Bombe ist immer noch B. Ich geh mal zu dem Papa-Typen rüber. Granade! I am throw in a floodbank! Der ist getroppt. Ah, ein Flash. Oh ja, super. Das war ja erfolgreich. Toll, ich hab noch 16 Leben und ihr... Seht mal drüben alle ab. Ja, er kam ungefähr mit dem Planeten um die Ecke gerusht. Oh, der andere hat den, das ist gut. Ja, er geht gleich hinten rum, würde ich sagen. Da, so. Ah, das bist du ja gar nicht. Lol. Lol, wie der da lang geflogen ist. Nice. Uuuuh. Wir sind 5-0 vorne, Mats. Das geht besser als man... Nicht ich. Das geht besser als erwartet, muss man sagen. Danke. Ja, 5-0 ist okay, leider. Ja, ich glaube schon. VK, 47. Egal, der Hacker hat gesagt, oder was? Hä? Ach, hat die mir gedroppt? Ja, ich glaube schon. Ich hab' mitbekommen. Ah, danke. Bitte lass die nette reinfliegen. Fuck. Okay, der eine wurde von uns schon weggeoppt. Das ist irgendwas ärgerlich. Aber so ne schicke Redline. Ach, ich mach' die Redlines. Ähm, soll ich dich mal unterstützen? Na, ich glaub' ich schon, oder? Ich glaub' die stacken wieder Apartments wie Irden. Ich glaub' ich schmeiß' da... Ach, ich hab' keine Bodyfuck. Ich schmeiß' mir ne Nade reinwerfen hinter. Wo steht der? Da steht wahrscheinlich einer. Ich kann flashen, oder? Ja. Vorne. Vorne. Ich muss gerade da doom campen. Oh, der war ange... Da vorne ist Blut. Ich weiß' nicht von wem, aber... Von uns ist da noch keiner gestorben, oder? Ah! Er sitzt in... Geh da nicht hin, geh da nicht hin. Alles klar. Ah, ich hab' deinen Kopf gesehen, aber... Don't go there. Go B, maybe. Ja, gib B. Oder save. Da eben. Ihr habt aber noch... 40 Sekunden. Er sitzt Graveyard mit ner Awe. Und er schaut trotzdem hin. Wie dumm kann man sein? Äh... Ja, dann stirb ich eventuell. Hast du Geld, genügend Geld zum save'n? Also nicht. Ja, es sind doch ein bisschen viele, ne? Ja, dann stirb lieber. Ja, dann stirb lieber. Und jetzt hast du null. Kannst du überhaupt noch hinter dir? Kill ihn schnell, dann kannst du die Bombe noch trennen. Oh, der stirbt schnell. Äh... Ach, der kommt von der Seite. Okay. Boah, wir sind denn alle in die Awe. Ich glaube nur ohne shit. Ne, ich nicht. Ja, ja. Ich bin sonst aber schlecht geschlagen. Naja. Es war so klar, dass er Graveyard sitzt. Eigentlich hätte ich da gar nicht rausgehen sollen. Aber ich... 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 Ah, jetzt weiß ich glaube ich wer da hinten war. Die haben sich ja halb so geteam killt gehabt, ne? Ja, deswegen war da wahrscheinlich Blue an der Wand. Ja, der eine war angeschossen von den Gegnern. Ja, fuck. Ah, der fehlt nicht, was ich heute öfter mache. Ich schieß zu viel und warte nicht, bis ich über den Cross hier auf seinem scheiß Head bin. Minus 61, warte. Oh, schlechtes Timing. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh Gott. Oh Scheiße. Hm. Das war nicht schlecht. Von hinten den hätte er bekommen. LOL. Der no stop. Oh. Der no stop. Ja, ich hätte ihn doch bekommen, wenn er Lust hat. Wir müssen ja nachladen, oder? Hm, hm hm. Okay. Ich muss wieder aufrehen. Hab ich das Gefühl? Sollen wir mal... Econ? Econ. Ja, würde ich jetzt mal sagen. Oh, die droppen? Dann, kauft ihr eine Rüstung. Ja. Und 2 Granaten. euch was ich würde mir nicht jede runde wieder abkarten steht nicht den selben weg machen wir was anderes dann gehe ich jetzt irgendwie kommt sein ruhig ich bin nicht bei dem hat ich glaube es kommt eine von hinten ja es kommt ziemlich safe von hinten da ist noch einer oder ja der eine ist doch von b rotatet noch eine matze was war nicht geflasht aber einfach geprüft das fashion hält dann nicht vom schießen auf das ist das problem aber er würde halt wegschauen also auch sein egal hätte ich die glocke mit der glocke kriegt man ja eh nichts er hat mich gerade so bekommen habe da kommt 100 wieder runter der kam auch ist das mal sehr viel überraschtet ja genau wirklich mal das funktioniert sogar cool geht geht weiter es wird von b ok da steht graveyard mal wieder dann würde ich sagen gehen wir zu b oh nein ich hatte die m4 aufnehmen kann warte kannst du rüberkommen zu b loll was geht das spiel komm ahn das ist ärgerlich da war jemand rechts oder auch rechts rechts du sagst rechts ich wusste genau dass da da ein den kleinen ding naja fuck mal ja wenn du das genau weißt na hör drauf uuuu 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 huuuu uuuu 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 he hat einen nice jetzt hat er startet jetzt hat er irgendwann gewählt Ich glaube es wird 100% der eine wieder rotaten, ich komme den. Mach das. Go, go, go. Lolls. Spraying, spraying, coming. Okay, ich habe noch mal einen Gegner gesehen, die wunderbar. Und wo soll ich überleben und will nur noch gewinnen? Kann ich Blumenkübel kaputt machen? Gute Sache, oder? I'm going, going, I'm going. 2 AWP's. 2 ist aber noch. Okay. Solange es nicht auf mysteriöse Weise 3 werden. Eine Runde hier entfernen und dann gingen sie da oben zu dem Balkon Hunter. Autosniper. Sein Ernst. Wo sitzt die Scout? Sitzt sie hier oben in Apartment? Ich glaube nicht, aber es hat sich immer mehr wie Mitte angehört bei mir. Was geht da mit deiner Maus ab? Ich smoke die linke Seite zu. Okay, mach das. Seht ihr noch einer? Der wird hier drüben sein. Oh, der ist drüben. Der eine ist ja Onspot, der sollte jetzt nicht defuse. Okay. Oh, ich dachte gerade schon, er defuse jetzt gleich, weil keiner mehr drüben ist. Dann hätte ich uns, hätte ich mich aufgehängt, ehrlich. Oh, im Endeffekt gehe ich doch jede Runde wieder an den selben Ort. Aber der eine Typ, der hat gelernt, der geht jetzt da nicht mehr hin. Und rotatet auch nicht mehr. Ich habe jetzt ca. 3 Minuten keinen Kill mehr gemacht. Oh. Der nervt mich auch gerade leicht damit. Ich hole jetzt einfach den ersten, der Banana kommt. Ende. Oh, der. Oder auch nicht. LOL. Das war ja tatsächlich in der Nähe bei mir, muss ich sagen. Ich habe CT gesmoked. Das war ja auch. Der. 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 Der Zeus war ja in der Nähe. Nate. Lutz. Hinter dem. Oh, Autoschotty. Wollt ihr da alle stehen bleiben? Wenn ich da kämpfen gehe oder angegriffen werde. Geil. 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 Boah, ich liebe es so zu sterben, man. Aber es ist immer ein dritter. Wir werden den Kerat bei eurer Ops, dude. Ja, jetzt macht man halt einfach viele Kills. Na ja. Wer haltet die Bombe, Jungs. Ich will jemanden mit der AK Blow up, nicht mit der Bombe. Geil. Sieben Tage. Bann. So. Besser überstellt wird die dann einfach einen Monat mal bekommen. Echt? Bei dir im Game oder wie? Ja, ich dachte wir so einen Monat bekommen war eigentlich. Guck. 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 Wer aufs Target? Hallo. Yes. Blending. Iiih. Alter, er steht da, Gru mit der Nova. Guck. Guck. Die sind beide da. Die sind beide da. Both Apartments. Okay. Was macht der Gelbe bei unserem Spawn? I don't know. Er bekämpft. Ähm. Gasse von unserem Spawn. Also von uns zu Apartments wieder. Der andere wollte schon einen rausschmeißen. Der kam von Banane, ne? Ah. Ist. Sonst schlecht. Der andere, ne die Orbs schaut jetzt Banane. Du da wo du bist. Erst bei unserem Spawn der eine. Und der andere da. Zu viel dazu. Jetzt haben wir drei Orbs. Was? Wollen wir mitmachen? Ne. Ne ich mag Orbs nicht. Ich mag's nicht. Ich mag's nicht. Ich mag's nicht. Manchmal hab's im Moment, da bin ich gar nicht mal schlecht. Aber ich weiß nicht. Ich mag's einfach nicht. Man ist was so immobil finde ich. Wenn man einen Schuss nicht trifft, dann... Und wenn er jetzt mit der Elke fast aufrushed. Aber mit Elke kann man finden noch gut sprayen. Da hab ich unsere Augen zwischen gerade meinen Arsch gesellt. Weil er hätte daneben geschossen. Und der ist auf ihn drauf gewaschen. In der Schrotze. Oh. Ähm. Ich weiß nicht was die beste Idee ist. Alter Schwede. Ich krieg' ich gerade. Lol. Da kam erst mal eine Negeflang. Boah. Wie ich gerade den Schock bekommen habe. Ungefähr als der Pipp. Kommt er aus seinem Eck da mit der Negeflang und sprayt. Ungefähr auf mich drauf raus. 3 Meter Entfernung. Shit. Let's get the shit out of me man. Holy shit. I am planting the bomb. I am planting the bomb. What has been planted. Lol. Lol. Das war eine kurze Round. Das war eine kurze Round. Was? Der eine von uns soll Stingisch sein. Der eine war Spiegler. Und weißt du wer als Master Guardian 3 ist. Es ist so unverdient. Ich bin für zwei Ränge über. Matze. Und ich bin eigentlich so scheiße. Aber gut. Würde ich jetzt nicht sagen. Nein. 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 Geil. Ja ja immerhin. Das war eine kurze Round aber wir haben gewonnen, immerhin. Immerhin. Schon besser als andere Aufnahmen die wir versucht haben von CSC zu machen. Nein nein nein. Dann reißt nicht das Thema wieder an. Ja ok. Gibt's vielleicht mal eine Fair Accompatition. Aber gut. Danke fürs Zuschauen Leute. Bis zum weiteren Video. Ciao. Jo machts gut. Ciao.